Ich geh die Bombe Wie hat der mich getroffen? Ja einfach so drauf LOL Kroffel ey Kroffelkopter ey Ich räum mir erstmal auf Nimm mal den Genie Heute ist aber auch voller Trollpart oder? Das ist echt kacke Was? Ja super Die Fresse Wie du gar nicht spielst Warte so Warte ich geh ganz nah ran Bombe Oh Gott sei Dank Alter wieder da Schön wär jetzt Hä wir hätten da rechts rüber gekonnt Äh Also wir brauchen Warte mal warte mal warte mal Ich kann ja noch das Wasser aufmachen Also nicht aufmachen aber hier das Ja das ist Was geht denn bei dir? Alter komm mal da Bleach Plurge Also guck mal rutsches Ja komm mal erstmal hier lang Lass du Du machst dir keinen Schaden Du machst dir keinen Schaden Immer noch nicht Irgendwas Schild kaputt In dieser Zone sind Skyländer Der Achso Boah ist echt schön ne Äh die Musik gefällt mir auch sehr gut Drück das mal zurück Ich drück das ja mal nach vorne Drückst du das nach Hm Ja warte Drückst du das zurück Dann drück ich das nach vorne Ich hab alle 20 Leben ja Weil wir Elementarkraft haben Achso Da regenerieren die Menschen immer Äh die Skyländer Mein Zipfel unten blinkt Au 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 Hey das macht Schaden Ja Lol Das tötet mich Wir müssen vielleicht hier runter Oder weiter Alter das Essen Wennst du dämlich da Ach Hier runter Gegner Komm jetzt wahrscheinlich Gegner oder Ja So dann Danke Oh Gott Oh nein Jill Grunt Drei Stück Wahrscheinlich voll gelevelt Angriff Alter wieviel Leben haben die Puh Wieviel Schaden machen die Ich bin tot Alter Ich kann hier nicht mal ausweichen Krass Ähm Achso möchte hey to the whale auch nochmal was sagen Ja vielleicht Warte mal gucken Alter das ist so Und du willst heute in der Web In der Webcam Wenn wir jetzt ein Webcam endlich mal hätten ne Er bewegt sich nicht Wir berühren den Charakter nicht mal Alter ich krieg ein Dorn ab und krieg 100 Millionen Leben Weg Brezel, nimm, 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 friss den Brezel Ich will keinen Brezel Ich mach den jetzt hier, ich bretzel den jetzt um Hö Der hat verteidigt, stirb Am, am, am Junge, der hat gedodged Wie das aussieht, guck mal Ich ist no motion Alter, der Blick wie Luigi Wie ich ihn Oh, danke für die Oh, danke, Captain Korinthenkacker Ähm Aha Hier haben wir eben das aktiviert Ist da Hä? Alter, hier in der Ecke muss doch irgendwas sein Komm mal mit Nicht deine größte Leistung, Alter Auch nicht schlechteste Achso Geschenk Mein Hut, mein Hut Was kriegen wir jetzt? Taucherbrille Alter, Schlüpper Schlüpperhut Rosenhut Alter, ich muss sich aufsetzen Alter, ja man, der ist ja richtig cool Moment, den nehm ich auch, ja Wo ist der Schlüpperhut? Wo ist der Schlüpperhut? Aber lang lebe der Wahl Lang lebe der Wahl, ne? Lang lebe der Wahl Warte, warte Wo drauf? Damit das komische Ding, der oben fertig ist Achso Jetzt Hätte schon wieder nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin Renn Jimmy Renn! Wir müssen noch mal rum Wofür? Weil da oben waren wir gerade Nein, ganz oben ist auch noch was Ja, weil ich bin direkt hinter dir Ich schaff das Ja, jetzt hängt das schon wieder fest Ja, schön ist, dass es auch immer stehen bleibt Ja, ich, äh, Alter, komm ein Stück in die Richtung Ich kann nicht Ich, ich hänge hier fest Ja, jetzt sterbe ich Weil ich mich nicht bewege Ich hänge fest Loll, warum backt das Spiel denn jetzt so hart rum, ey? Ich weiß es nicht Ja, das Ding bleibt stehen Ich konnte mich auch nicht bewegen Wo soll ich ihn hin? Achso, der ist schon down, okay Den Genie Stone, er Das mag man noch am Leben Ja Nein, den wollte ich nicht benutzen, weil wir im Wasser sind Jetzt hänge ich immer noch da fest Das heißt, der benutzt, kommst du zu mir Ja, oder auch nicht Boah, Glück gehabt, ey Ja Krepiert ihr Da hinten ist noch so ein Scheißvieh Komm her Captain Crunch ist hier unterwegs Oh Gott im Himmel, ey Guck, da ist noch ein Schatz Oh, da kann man ja nur ausfallen werden Das ist ja ein Echter Ganz nimmst du gleich meinen Skyliner weiter Ja, ich habe ja eine andere Option Ich hätte doch Speed-Charakter kann ich ja nehmen Boah Das Level hat mich jetzt mehr genervt als sonst was Oh, nee Ja, die leben noch Aber die kann ich eigentlich relativ einfach besiegen Mach mal Nicht so Ja, lass sie kommen Ach, da sind noch Granatenwerfer Alles andere wäre auch zu langweilig Ich bin einfach anzünden Höh Achtung, Granaten Ja, ich kann mich wieder nicht bewegen Hä, eben konnte ich den so Schaden machen Greifst du mal diesen Rotz an? Was, was, warum schwingt der da hinten alleine rum? Hat du keine Freunde, ne? Komm mit, komm mit, komm mit Wünsche unterwegs Wie du dich erwischt hast Oh Weck mich Aber wenigstens Ja, so kann man auch leveln, ne? Alter, mit der Hackfresse Das Problem Die kannst du nicht voll gewacht sind machen, bitte Ja, die machen wir die Stufe echt hoch, ey Geh mal weg Aus dem Weg Diese Rotzviecher Schluck das Lol Was geht denn jetzt? Ja, die Granatenviecher sind Ja, die sind Ja, ich hänge wieder fest Was ist das? Oh, der kann mich doch mal lieb haben Gehst du mal bitte vor und fängst die Granaten ab? Klar, warum nicht? Danke Alter Wie die mich einfach nass machen Nur noch einer, ne? Ich sterbe Ich krepiere Ich krepiere Ich bin tot Ich bin tot So, ich hab weggeknuspert Ja Ach, diesmal standen die auch hier vorne anstatt hinten Das ist Sinnfrei? Ja Weil eben haben wir den Händler auch nur gesehen, weil wir denn nach hinten mussten Das funktioniert nicht Aber Zeit Was soll ich n Satz noch sagen? Ich bin sonst zu fett Er ist ein Hebel Drücken Ach, klar, lass mich zu Natürlich Natürlich Alles andere Wäre völlig Ja, guck mal auf mein Bild Ah, nein Ah, guck mal Ich komm nicht hoch Warum nicht? Weil ich nicht hochkomme Lol Was? Warte, ich zu hättere Das ist ein Scheißspiel Ja, geh weg Oh Gott, ist das aufregend Das ist so aufregend Ich schlägst mich an den Charakter Ich glaub, der ist schon tot Wofür wechselst du den Charakter? Der hat nur noch ein Leben Vielleicht quillt dich ja gleich, was du Knuss war Okay, das hätte ich sein Schön, wenn es noch einen Boss geben würde Ah, diesmal nicht Hey to the Whale Nein Du machst du euch gerade drücken Ja, das Warte, ich habe das Ich habe eine Idee Warte, ich halte dein Vieh auf, dass das hier nicht lang Scheiße Okay, das funktioniert leider nicht So kann ich sagen, ich halte einfach dein Vieh auf, dass ich hier nicht lang moschen kann Okay, der ist so ein cooler Charakter, aber er macht echt Was ist das für eine Aufnahme? Einfach geil, einfach geil, ey Das ist nervös schon was magier, ne? Ein bisschen Ein bisschen aber nur Alter! Ich dachte, man konnte die aufheben Entschuldigung Mein Fan Was passiert da war, ey? Oh, ich wein gleich Ach, Luft wäre hier übrigens stärker Vielleicht auch, warte, ich nehme den mal Schnapp dir den mal Auf der Zeigefinger Warte, ich werfe damit die Campis ab Warte, essen Darf ich auch mal? Deine Hackfresse ist im Weg Geh weg Betroffen Weil, kann ich nicht einfach von dir aus Also, wenn du da, dann hab ich aber auch nochmal Fangen Ja, klar Warte Nope Okay Ja, ist ja okay, Mann Kaylee, ist okay Kaylee, ist in Ordnung Kaylee, ist okay Du musst, du musst hier Du musst, du musst hier Du musst so hier Alter, lass uns gleich die Wir sind Speed Charakter nehmen Boah Da ist wieder dieses, äh Links Genau Rechts Links Äh Du musst zurück Rechts Ja, hier ist auch heute Rechts Da kommst du aber nicht an den dran Ja, doch komme ich Easy Ja, ja, doch Aber komm Daher über den grünen kommt Ja, ja, stimmt Das Recht Ja, und jetzt einfach Auch zum Grün Das Recht Ja Habe ich dich völlig unterschätzt Also, habe ich dich Du Ja, diesmal sogar perfekt Das ist mal sehr toll Ist ja, toll Ist das Ja, perfekt Heute Toll Ja, perfekt Es läuft alles perfekt Es läuft alles perfekt Alter, was ist mit dem kaputt? Komm ein Stück zurück Ich will die Bombe hier noch holen Ah, komm Nimm mit Ja, die hat wenigstens kein Timer, weißt du Oh ja Genau Ich glaube da rechts gibt es noch eine, ne? Ich weiß, aber ich würde die hier unbedingt mitnehmen Hat Kaylee gerade Schaden bekommen Ich habe keinen Bock drauf Was machst du? Aber du kannst ja nicht die Bombe mitnehmen Ist doch egal Müssen wir doch nicht Aber wir müssen die Kanonen kaputt Ah, du hast recht Du kannst wenigstens tauchen Ich werde jetzt trotzdem wieder getroffen Junge Rock'n'Roll Ja, easy go Okay, so geht's Geh nochmal vor Ja Da war übrigens was zu essen Ja Was ich dann jetzt aus Versehen eingesammelt Ja, ja, klar Nehmen wir Wie habe ich hier zum Explodieren gebracht? Ah Mit denen ist das irgendwie einfacher Ja, die sind ja auch voll Äh, was? Du kannst ja echt durchtauchen Sau sack Er ist ja echt unfair Kannst du doch nicht Nein, die machen mir keinen Schaden Guck Doch 15 Also eigentlich doch nichts Nein, guck Gar nichts Ja, das ist schön Dass die dir keinen Schaden machen Mir aber Ich komme schon Ich komme schon Ich komme schon Alter Steelfest Ich glaube, das schwere Durchspielen ist Erst für Wenn man Ein Full Ich musste mal neu auf Auflustern Okay Warte, warte, warte Warte, warte Lass mich vorgehen Ich mache die Bomben einfach alle weg Ja, okay Ja, ich hätte jetzt einfach gewartet Bis die nächste Runde anfängt Der war, glaube ich, zu knapp Der war zur Spendung entschieden Roll Yeah Geht ab hier Geht ab hier Zäpfchen Geht Explodiert Da Habe ich geschafft Habe ich gerockt Hier habe ich es Soll mich einfach In schnell einen dicken Skalender nehmen Und das kaputt machen Ja, mach mal jetzt auch Ich wollte nur für die kurzen Sequenz hier Achso, ich hätte jetzt einfach Die behalten Nee, komm Jetzt wiederum Ja, das ist mit dicken Skalender Das ist einfach Selbst mit denen, die relativ schnell sind Wie hält ich jetzt gerade Ich glaube, der ist super Der ist tot Du hast nur noch Feuer Feuer Der Schlippermann ist tot Ich habe dich echt Oh, war der knapp Ich dachte, du blockst mich wieder Ja, komm, wir gehen beide auf die selbe What the fuck Nein, ich bin da gar nicht das Wie Ich glaube, du blockst mich wieder auf die selbe Ich glaube, du blockst mich wieder auf die selbe